Das Innere der Fahrt ist überwiegend dunkel, bis auf ein paar Lichtblitze und eine Kerze. Was? Eine kurze. Eine Kerze, mitten im Dark-Rank-Bad von Lilith, eine Kerze. Wie doch nicht aus, wenn das so vorbeifährt. Windlicht, eine D-Kerze. Flammenlose Kerze. Flambia, ne Elambia. Ja, du bist Flambia, du zündest sogar in die D-Kerze. Oh, scheiße, das ist eine Kerze, weil ich bin so eine Kerze. Du lichtst jetzt im Kopf jetzt. Na und? Wieso musst du das wieder sagen? Wie dieser Anglerfisch, ey. Wo wir reingeguckt. Okay, warte. Weiter geht's. Das Innere der Fahrt ist überwiegend dunkel, bis auf ein paar Schüsse. Eine Kerze. Was ist denn los, ey? Ich war jetzt eigentlich schon durch mit dem Witz. Ja, aber wenn du das jetzt wieder liest, ist es wieder witzig. Nee. So, im Inneren, ne? Bei dir drin ist es auch eine Kerze, das Einzige, bei dir in den Kopf. Bevor wir da so ein Hausbeißer haben, wirft die Kerze und ausmacht abends. Das Innere der Fahrt ist überwiegend dunkel, bis auf ein paar Lichtblitze. Scheiße, ich kann nicht, warte. Das Innere der Fahrt ist überwiegend dunkel, bis auf ein paar Lichtblitze und eine kurze... Scheiße. Scheiße. Ich komme jetzt immer weiter, beim nächsten Mal habe ich es. Okay. Ja. Vielen Dank.